Eure Dimension ist nicht die einzige Erfahrungswelt. Es gibt noch viele andere Klassenzimmer und in jedem wird an einem anderen Lehrplan gearbeitet. Das Hauptfach, das in eurer Klasse gelehrt wird, heißt Gleichheit. Ihr seid hier, um zu lernen, dass alle Wesen, ungeachtet ihrer äußeren Lebensumstände, gleich sind. Männer und Frauen, Schwarze und Weiße, Hindus und Katholiken sind gleich in ihrem existenziellen Wert. Jegliche Ungleichheit wurde von euch selbst geschaffen und muss wieder aufgehoben werden. Viele von euch sind schon seit langem in dieser Aufgabe beschäftigt. Ich sage euch nicht, wie lange. Ihr wart sehr erfinderisch darin, eure wahre spirituelle Gleichheit mit anderen Menschen zu vertuschen. Manche von euch leben in Armut, während andere ungeheuren Reichtum angehäuft haben. Manche haben zu viel zu essen, andere nicht genug. Ihr müsst verstehen, dass diese ungleichen Bedingungen nicht mehr existieren würden, hättet ihr euren Leerstoff schon bewältigt. Ihr seid hier, um das tief verwurstelte Glaubensmuster zu überwinden, dass einige von euch mehr wert sind als andere. Wie du das erreichen kannst? Erstens musst du den Grundsatz der Gleichheit auf dich selbst anwenden. Solange du dich irgendeinem anderen menschlichen Wesen überlegen oder unterlegen fühlst, hast du die Wahrheit über deine spirituelle Identität noch nicht akzeptiert. Zweitens musst du akzeptieren, dass dieser Grundsatz der Gleichheit auch für alle anderen Menschen gilt. Ihre Gleichheit zu akzeptieren heißt, bereit zu sein, mit ihnen zu teilen, wenn du mehr hast als sie, aber auch bereit zu sein, sie um Hilfe zu bitten, wenn du weniger hast. Du bist außerdem hier, um zu lernen, das Recht eines jeden Menschen auf seine eigenen Entscheidungen zu respektieren. Wenn du für einen anderen Menschen Entscheidungen triffst oder einen anderen für dich entscheiden lässt, hast du eure Gleichheit nicht akzeptiert. Diese Missachtung des anderen scheint dir den Freibrief zu geben, deinen Nächsten für die Entscheidung verantwortlich zu machen, die du triffst, oder zu treffen, dich weigerst, aber dieser Freibrief ist unecht. Über kurz oder lang wirst du erkennen, dass du nur einen Menschen verletzen oder heilen kannst, dich selbst. Solange du nicht gelernt hast, Verantwortung für deine Entscheidungen zu übernehmen und deinem Nächsten Raum zu geben, das Gleiche zu tun, wirst du die Wahrheit über dich selbst und deinen Nächsten nicht erfassen. Das scheint eine sehr einfache Angelegenheit zu sein. Doch die Anwendung des Grundsatzes der Gleichheit ist eine äußerst tiefgehende Praxis. Sie kann deine Welt transformieren und dir helfen, das Klassenziel gemeinsam mit all deinen Brüdern und Schwestern zu erreichen. Wenn du deinen Körper verlässt, geht der Unterricht in einem nicht-physischen Klassenzimmer weiter. Dort ist der Lernprozess beschleunigt, weil die schöpferische Wirkung der Gedanken nicht durch Zeit und Raum beeinflusst wird. In deiner Welt dauert es eine gewisse Zeit, bis Gedanken in sichtbare Wirkung umgesetzt werden. Denn in nicht-physischen Dimensionen läuft der Umsetzungsprozess automatischer. Wenn du beispielsweise denkst, ich möchte meinen Freund Robert besuchen, wirst du unmittelbar in Roberts Wohnzimmer transportiert. Deine Reise hat keine Zeit gekostet und du hast keinen Raum durchquert. Einige von euch haben bereits mit Wesen in nicht-physischen Dimensionen kommuniziert. Eine solche Kommunikation findet natürlich auf einer rein gedanklichen Ebene statt. Interdimensionale Kommunikation ist schwierig, aber nicht unmöglich. Mit einiger Übung wird es euch gelingen, eure Kommunikationsfähigkeit über eurem begrenzte Raum-Zeit-Welt hinaus auszudehnen. Da in den nicht-physischen Klassenzimmern alle Lernprozesse schneller ablaufen, erlangen viele Wesen, die ihren Körper verlassen, Meisterschaft über ihre Gedanken, erwerben also die Fähigkeit, ihre Gedanken zu kontrollieren. Deshalb vertrauen sie darauf, dass sie beim Wiedereintreten in die physische Welt ihre Meisterschaft auf diesem Gebiet demonstrieren können. Doch im dichten physischen Umfeld gelingt dies von den Millionen Wesen, die es versuchen, nur einigen wenigen. Das ist nicht schwer zu verstehen. Eure Wissenschaft lehrt euch, dass ihr beim Verlassen des Magnetsfeldes der Erde praktisch schwerelos werdet und athletische Kunststücke vollbringen könnt, die euch auf der Erde unmöglich wären. Weiterhin lehrt euch eure Wissenschaft, dass sich beim Verlassen der dichten Erdatmosphäre der Alterungsprozess verlangsamt. Viele der auf der Erde geltenden Naturgesetze haben keine Gültigkeit mehr, wenn man sich aus dem Erdumfeld entfernt. Beim Verlassen des physischen Körpers tritt ein ähnliches Phänomen in Erscheinung. Du erfährst eine schöpferische Freiheit, die auf der Erde undenkbar wäre, außer vielleicht im Traumzustand, in welchem deine Aufmerksamkeit nach innen gerichtet ist und deine körperlichen Prozesse verlangsamt sind. Der Traumzustand ist ein gutes Beispiel für die Bewusstseinserweiterung, die stattfindet, wenn man den Körper verlässt. In deinen Träumen erschaffst du deine Realität ziemlich unbekümmert und rücksichtslos. Du tötest und wirst getötet, hast Sex mit allen möglichen Leuten, begegnest unglaublichen Gefahren und entkommst auf wunderbare Weise. Wenige von euch würden im Wachzustand versuchen, die Dinge zu tun, die sie im Traumzustand tun. Die Erfahrungen auf der nicht-physischen Ebene sind sogar noch dramatischer als die des Traumzustandes, denn die kreativen Möglichkeiten sind dort unbegrenzt. Die irdische Schule ist das Umfeld, in dem du jene Fähigkeiten erprobst, die du in den mit der Erde verbundenen nicht-physischen Klassenzimmern erworben hast. Und in dieser irdischen Schule kannst du die Abschlussprüfung erst bestehen, wenn du gezeigt hast, dass du den Lehrstoff beherrschst. Alle Wesen wissen das und deshalb wollen sich alle wieder in physischen Körpern inkarnieren, um zu beweisen, dass sie ihre Lektion gelernt haben. Warum aber bereitet ihnen das so viele Schwierigkeiten? Erinnern wir uns an das Beispiel mit der Schwerekraft. In einem Umfeld, in dem keinerlei Schwerkraft herrscht, fällt es einem Athleten nicht schwer, fünf Meter hoch zu springen. Er kann buchstäblich durch die Luft fliegen. Doch auf der Erde kann er höchstens zwei bis zweieinhalb Meter hoch springen und würde nicht einmal einen Gedanken daran verschwenden, fliegen zu wollen. Die in der Dichte der irdischen Atmosphäre vorherrschenden Bedingungen sind nicht leicht zu meistern. Auch die physische Entwicklung braucht ihre Zeit. Dein irdisches Leben beginnt im Leib deiner Mutter. Du bist absolut abhängig von ihr und wenn du dann geboren wirst, bist du auf der physischen Ebene vollkommen hilflos. Du musst erst lernen, allein zu essen, zu gehen, zu sprechen und deine Umgebung zu beeinflussen. Blicken wir doch den Tatsachen ins Gesicht. Für jemanden, der noch vor kurzem seine Erfahrungen in einer nicht-physischen Umgebung machte, in welcher die Gedanken unmittelbare Wirkung zeitigten, ist das die reine Folter. Wenn das Bewusstsein in die Dimension der Zeit eintritt, zieht es sich zusammen und konzentriert sich darauf, sich mehr mit dem physischen Körper zu verbinden, wobei es gleichzeitig Wahrnehmungskanäle zu anderen Dimensionen mit ihren kreativen Möglichkeiten verschließt. Einfach ausgedrückt wird das Bewusstsein von der Dichte des physischen Umfeldes aufgesogen und dort fühlt es sich gefangen, fühlt sich als Opfer. Es erinnert sich nicht an seinen grenzenlosen Seinszustand. Es erinnert sich nicht daran, dass es nicht der Körper ist. In sehr seltenen Fällen zieht sich das Bewusstsein nicht vollständig zusammen, wenn es das physische Klassenzimmer betritt. Diese Menschen leben in einem Körper, bewahren sich aber dennoch die Erinnerung an die nicht-physische Dimension. Sie wissen, dass nicht sie auf ihren Körper beschränkt sind. Sie wissen, dass sie nicht das Opfer der Gedanken und Handlungen anderer Menschen sind. Sie wissen, dass ihre Realität, Kraft ihrer Gedanken, sie selbst erschaffen können. Solche Menschen sind spirituelle Lehrer oder Meister. Ich war einer von vielen solcher Lehrer, die sich auf der physischen Ebene inkarnieren, um ihren Brüdern und Schwestern zu helfen, sich an ihre wahre, nicht-physische Identität zu erinnern. Ohne die Präsenz solcher Lehrer würde die Dichte des irdischen Umfeldes das kollektive Bewusstsein völlig überschatten und die Verbindung zu spirituellem Wissen größtenteils blockieren. Und es gab im Lauf der menschlichen Geschichte in der Tat Zeiten, in denen sehr viel Dunkelheit auf der Erde herrschte. Ihr selbst nennt eines dieser Zeitalter das frühe oder finstere Mittelalter. Ein weiteres dunkles Zeitalter, das eurer Erfahrung näher liegt, herrscht in den ersten beiden Dritteln des 20. Jahrhunderts. Die heutige Zeit, in der ihr im physischen Klassenzimmer eure Lektion lernt, ist eine Zeit des Übergangs. Technologisch habt ihr eine Stufe erreicht, auf der ihr eure physische Umgebung zigfach zerstören könntet. Aber es gibt heute auch mehr Licht auf eurem Planeten als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Wenn das wahr ist, so fragt ihr euch vielleicht, warum ich im Moment nicht in physischer Form unter euch weile. Viele von euch erwarten meine Rückkehr in menschliche Gestalt, aber das wird nicht der Fall sein. Meine Arbeit hier ist fast beendet und meine physische Präsenz würde die Transformation, vor der ihr gerade steht, nur verzögern. Inzwischen ist wohl dem meisten von euch klar, welche Art diese Transformation sein wird. Ihr seid hier, um endlich euer Opferdasein zu überwinden. Ihr seid hier, um eure Schöpferkraft zu akzeptieren, mit der ihr eure eigene Realität erschaffen und eurem Nächsten helfen könnt, seine eigenen kreativen Kräfte zu erkennen und anzunehmen. Ihr seid hier, um das im großen Stil zu tun. Und ich bin hier, um euch dabei zu unterstützen. Durch eure nicht-physische Verbindung zu mir und anderen Lehrern lernt ihr, all das loszulassen, was euer Leiden verstärkt, und ihr werdet zu eurer eigenen Göttlichkeit erwachen. Ich brauche die Hilfe jedes Einzelnen von euch, um meine Mission auf dieser Erde zu erfüllen. Ihr seid diejenigen, durch die sich meine Lehre in jedem Augenblick offenbart. Und deshalb kann der Schwerpunkt nicht länger auf Worten liegen, denn Worte trennen die Menschen. Der Schwerpunkt muss sich auf die aktive Demonstration der Prinzipien von Liebe und Vergebung verlagern. Eure individuelles und kollektives Einschwingung auf die nicht-physische Realität ist ein wesentlicher Schritt im planetarischen Transformationsprozess. Wäre ich in einem physischen Körper unter euch, würde sich die Kreuzigungserfahrung wiederholen. Wenn ihr euch umschaut, werdet ihr erkennen, dass diejenigen, die den Status Quo und Frage stellen, weiterhin häufig verleumdet, missachtet und verfolgt werden. Das kann nur dadurch verhindert werden, dass ihr selbst aufwacht. Verdamme deinen Nächsten selbst dann nicht, wenn er deine heiligsten Überzeugungen angreift. Dann indem du ihn verdammst, verdammst du mich. Stell ihn auch nicht auf deinen Sockel, selbst wenn du von seiner Makellosigkeit überzeugt bist. Denn niemand ist makellos. Niemand lebt hier, ohne Fehler zu machen. Auch ich, geliebter Freund, habe viele Fehler gemacht. Ich habe meinen Bruder, meinen Gott, den Rücken gekehrt und habe beide beschuldigt, mich im Stich gelassen zu haben. Macht mich nicht zu etwas Besonderem. Macht keinem euren Mitmenschen zu etwas Besonderem. Ihr macht alle den gleichen Lernprozess durch. Lernt, eure Ebenbürtigkeit mit euren Brüdern und Schwestern zu feiern. Denn dadurch bestätigt ihr eure Ebenbürtigkeit mit mir. Und wenn ihr mich als einen Gleichen unter Gleichen betrachtet, wird sich unsere Kommunikation außerordentlich verbessern. Jedes Mal, wenn du deinen Bruder oder deine Schwester in dein Herz hineinlässt, öffnest du auch mir die Tür. Es gibt keinen Bruder und keine Schwester auf dieser Erde, die ich nicht liebe. Denn ich kann sowohl in die Seele des Verbrechers als auch in die seines Opfers sehen. Ich sehe, wie beide nach Liebe und Akzeptanz schreien. Und ich werde sie ihnen nicht verweigern. Seid nicht schockiert darüber, dass ich von euch das Gleiche fordere. Von euch, die ihr meine Hände, meine Füße und meine Stimme in der Welt seid. Seid geduldig und standhaft, meine Brüder und Schwestern. Unsere Arbeit wird erst beendet sein, wenn es keine Täter und keine Opfer mehr gibt. Unsere Reise wird erst zu Ende sein, wenn wir Gottes Liebe für uns angenommen und diese Liebe jedem gegeben haben, dem wir begegnen. Und zwar ohne Ausnahme. Jeder muss so angenommen werden, wie er ist, damit er seine Angst und den Wunsch nach Vergeltung loslassen kann. Mit mir zu gehen heißt, Gott und dem Menschen gleichermaßen zu dienen. Du dienst dem Menschen, indem du ihm zeigst, dass Gott sich an ihn erinnert und für ihn da ist. Du bringst ihm Essen und Trinken und Trost in seinem Leiden. Du umarmst ihn und erlaubst ihm, seinen Kopf auf deine Schulter zu legen. Und du ermutigst ihn zum Weinen. Denn er fühlt sich von seinen Eltern, seinen Kindern, seinen Geliebten und von Gott verlassen. Und wenn er weint, wirst du ihn trösten. Denn wie lange ist es her, seit du dich verlassen fühltest und heiße Tränen des Schmerzes und Bedauern weintest. Das ist das Wesen der menschlichen Erfahrung. So ist es nur angemessen, dass du Mitgefühl für deinen Bruder hegst. Denn du teilst mit ihm die Erfahrung des Leidens und die der Erlösung. Sobald die Lektionen der Ebenwürdigkeit auf der Erde gelernt und verstanden wurden, wird sich das elektromagnetische Feld der Erde verändern. Und die Erde wird einen neuen, glorreichen Lehrplan hervorbringen. Die Samen für diese Transformation wurden bereits gesät. Deine Aufgabe ist es, sie zu hegen und zu pflegen. Deine Aufgabe ist es, sie zu hegen und zu hegen und zu hegen.